Das ist unglaublich, da kommt von... Das muss ich mir angucken, das muss ich mir angucken. Ich tötet dich, aber ich laufe in deiner Bomben rein. Das war geil, sorry, das finde ich jetzt lustig. Schön, 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 schön. Wir spielen heute wieder eine Runde Ranked und vergessen einfach, was in der letzten Runde passiert ist, in der letzten Folge passiert ist. Wobei, habe ich das jetzt so zusammengestellt? Das weiß ich gerade gar nicht. Egal, vergessen wir diese eine Runde da auf jeden Fall, die so schlecht war mit dem schlechten Team. Wir machen es heute hoffentlich besser. Gucken wir mal, was wir heute hinkriegen werden. Ich habe jetzt mal dieses Mal Junkrat genommen. Ich weiß, ich könnte eigentlich auch wieder Tracer nehmen, weil ich habe ja eigentlich eine ganz gute Tracer-Runde letztens gemacht. Aber wir wollen natürlich gucken, ob wir mit dem guten alten Junkrat etwas hinkriegen werden. Jetzt haben wir da mal unsere Falle hingelegt. Wir kennen das ja, das alte Spielchen mit der Falle und so. Oh, nee. Damit die keiner sieht, ist sie extra da. Und vielleicht macht das ja jetzt eine Menge Schaden aneiner. Ah, schade ist keiner reingelaufen, leider. Leider recht schade. Oh lol. Das ist da einer reingelaufen, umso besser. Sehr gut. Das ist ein. Das ist ein. Ein Torch. Das ist der Fall für dich! Nicht so gut, Heal, Heal, Heal drinne? Boah, wie der mich einfach kalt macht, haha, eingelaufen, aber Ulti ist ready, von daher alles schick. Ich hab's ja gerade ein bisschen drauf angelegt, dass sie mich killt, die Diva, also von daher alles gut. Wir sind ja noch, wir haben, ist noch nichts verloren, wir haben noch ein bisschen eingenommen, wir sind noch ein bisschen drauf gelaufen, von daher alles schick. Alles schick, ich biete jetzt Widowmaker, vorher Mercy, ist immer gut auf, auf nen, auf nen Sniper zu gehen, äh, und vorher den, den Tank rauszunehmen, ist immer ne gute Sache. Was sind die da hinten, jetzt haben die da hinten eine Widow, das kann aber nicht wahr sein. Wahrscheinlich der eine Grundform, der eine auf die Dings gegangen ist. Jetzt haben wir halt nur noch einen Heiler und drei DDs, das ist halt scheiße. Gut, dass da, ey, vor allem, wir haben zwei Sniper, das ist doof, das ist ziemlich dumm, was die da machen. Ja, das ist wieder typisch Random-Gruppe halt. Äh, einfach nur dumm, das weiß ich dazu nicht. I will find the enemy! Diese scheiß Widow, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass die mir da, die jetzt die ganze Zeit das Leben schwer macht, unfassbar. Na, jetzt läuft einer und einer da rein, so ein Mist. Hätte ich schon mal ne Chance nutzen können. Nämliche Widow soll mal, soll mal, soll mal umswitchen. Nämliche Widow soll mal umswitchen. Hey, dass die aber auch immer auf mich gehen, ne, das ist unfassbar. Von allen Leuten, die da sind, guck mal, warum schießt er auf mich? Ja, lass mal an. Ist unfassbar, ey. Von allen Leuten, die da sind, schießt er auf mich, der Drecksack. Unfassbar. Und wir haben das echt noch gewonnen mit zwei Snipern. Ich fass es nicht. Mit zwei Snipern haben wir das echt noch weggeholt. Unglaublich. Was ist der? Ist doch irgendwo ein McCree, Leute. Ich fass es nicht mehr. Da trifft er mich tatsächlich noch im Fallen, ne? Ist doch unfassbar. Da trifft er mich tatsächlich noch. Alter, scheiß Metree da oben, ne? Unfassbar, der Kollege. Heel, danke sehr. Ich würde sagen, das tat ganz schön weh. Na komm, das bringt nichts daran zu gehen. Bringt einfach keiner lang zu gehen. Das ist unfassbar, ne, der McCree bei den. Das ist unglaublich der Kerl. Ah, das ist unglaublich. Das muss ich mir angucken. Das muss ich mir angucken. Weil ich töte dich. Aber ich laufe da in der Bombe rein. Das war geil, sorry. Das finde ich jetzt lustig. Ah, schön, 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 schön. Das ist immer wieder schön zu sehen. Guten Tag. Und wer war denn da oben? Wer hab ich denn da oben noch erwischt? Wer hab ich denn da oben noch erwischt? Scheiß Metree da, ne? Loll, ich hab tatsächlich den Ding zerwischt. Den McCree, wie geil ist das denn, bitte? Was ist los mit dir? Machen wir was hier, Kollege. Ja, die wird uns schon mal weg. tschüss ich würde sagen, das war's für die wahrscheinlich Deal, 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 Deal Okay, haben wir gewonnen, von daher alles gut Ja, nice, ey, ist ja hier wie's Brötchenbacken, leck mir am Arsch ist der ein Sieg nach dem anderen hier Zen hat gewonnen, hat Zen hat da auch so geil Ja, nice, ähm, meine Lieben, ich würde sagen, damit haben wir es geschafft heute sind wir durchgekommen, haben wir es geschafft und, äh, von daher würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich für das Uncharted und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Overwatch Bis denn dann, macht's gut Bis denn dann, macht's gut und, ähm, mein Lieben, ich würde sagen, mit mir bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir noch mal und, ähm, mein Lieben, ich würde sagen, mit mir Bis zum nächsten Mal.